Liebe Flow-Freunde, ich möchte dich näher kennenlernen. Schreib da mal einen Kommentar rein, wer du bist, was du so tust und was du auf diesem Kanal in Zukunft vermehrt sehen willst. Welche Storys, welche Posts und ich werde natürlich dein Feedback auch berücksichtigen. Oder auch wenn du einen Input hast für einen Gast, dann schreibe es einfach hier rein. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Kooperation und wünsche dir ganz viele Flow-Momente auf diesem Kanal.